Das ist die Brotdose. Das ist das Lineal. Das ist der Anspitzer. Das sind die Buntstifte. Das sind die Büroklammern. Das ist der Klassenraum. Das sind die Bücher. Das ist die Tafel. Das ist der Schüler. Das ist der Filzstift. Das sind die Malfarben. Das sind die Hefte. Das ist der Radiergummi. Das ist die Uhr. Das ist das Buch. Das ist das Buch. Das sind die Pinsel. Das ist der Kanzel. Das ist die Mischpalette. Das ist der Ranzen Das ist die Lehrerin Das ist der Füller Das ist der Schwamm Das ist der Lehrer Das ist der Buntstift Das ist die Trinkflasche Das ist die Schülerin Das ist die Schere Das sind die Filzstifte Das ist die Kreide Das ist der Bleistift Das ist die Schülerin Das ist die Schülerin Das ist die Schülerin Untertitelung des ZDF, 2020